Manuel, ist das jetzt dein... Butch, wir sind ein Glückser. Die 100. Ja, ich wünsche euch alles Gute, euch beiden. Darf ich mal fragen, was das jetzt hier soll? Die haben hier gar nichts zu sagen und packen ihre Waffe weg. Ihr sind zwei Deputies und sie nehmen einfach vor uns jetzt gerade jemanden in Gewahrsam. Also ich glaube, das ist ja wohl nicht ihr Ernst. Geh jetzt aus dieser Stadt und rede mit dieser Person. Das ist ja wohl absolut nicht ihr Ernst. Das kann wohl wirklich nicht ihr Ernst sein. Unversehrt zurückkommen. Wir müssen nur mit dem Reden. Wir möchten wissen, warum er auf uns schießt, ohne Grund. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. Lassen Sie mich das bitte klären mit den Herren. Das ist ja absoluter Bullshit. Hier sind so viele Menschen und dann muss man das machen. Das ist echt schlecht. No probleme, amigo. Oh, jetzt hau ab mit dem Fett. Herr Kollege, ich biete mal weiter, ne? Legen Sie es nicht drauf an, amigo. Ich verstehe es nicht. Ihr möchtet, dass wir die Sachen aus der Stadt raushalten und dann sagt ihr, ne lasst denn jetzt hier. Was ist los? Ja, Sie sollen aus meiner Stadt gehen. Ja, machen wir. Wir möchten aber diesen Typen mitnehmen. Aber ich verstehe das nicht. Warum machen Sie das, wenn Sie zwei Deputies am Sheriff's Office sind? Das verstehe ich jetzt nicht. Gehen Sie bitte weiter. Es ist alles in Ordnung. Ich glaube, es ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt zu verschwinden. Das lässt sich mit Worten klären. Das lässt sich mit Worten klären. So alles in Ordnung. Und jetzt hört mir ganz genau zu, Hermanos. Verpisst euch. Ja. Verpisst euch jetzt ganz schnell. Ich bin nicht in der Laune, mit euch zu sprechen. Ja, ja. Ich hoffe, ihr verpisst euch danach auch ganz schnell. Das ist ja hervorragend. Ich bin kurz davor, dir in den Kopf zu schießen, du kleiner Butto. Also mach dich lange, ja? Hey, hallo. Beruhig. Gehen, lass uns gehen. Alles gut, wir gehen. Genau, ne? Gambo. Das macht keinen Sinn. Absolut.